Jesus Christus und ich hoffe, wir werden heute über dieses Thema sprechen. Der Heilige Geist liebt es so zu leiden, wie es ihm gefällt und nicht mir. Deswegen habe ich zwar was geplant, aber es kann auch was anderes rauskommen. Und wir beten im Geist an. Wenn wir anbeten. Lass uns mal darüber nachdenken, wie du gerade angebetet hast. Wie hast du angebetet? Prüf dich einfach mal. Wir haben unseren Mund geöffnet, stimmt's? Frag deinen Nachbarn, hast du deinen Mund geöffnet? Super. Hast du irgendwas gemacht, dich bewegt? Hast du geklatscht? Das ist sehr gut für die Gesundheit. Und das ist auch die Anbetung im Geist. Denn der Körper und der Geist sind verbunden. Wenn du morgens in den Spiegel schaust und schlechte Laune siehst, wie siehst du das? Wenn du einen Menschen anschaust und er fröhlich ist, dann weißt du, dass er fröhlich ist. Denn der Körper ist verbunden mit dem Geist. Und wir beten auch mit dem Körper an. Deswegen gibt es so eine Bezeichnung, anzubeten, das heißt, auf die Knie zu stellen. Selbst im Russischen ist es wörtlich gleich, sich auf die Knie zu stellen. Wir beten mit dem Körper an. Wir beten mit unserem Mund, mit unserer Zunge. Aber der Geist ist das Wichtige, was anbeten muss. Was ist der Geist? Wo ist er? Geist, wo bist du? Wir sind es gewöhnt, so aus dem Englischen Geist, also so große Worte. Also so eigentlich fast schreckliche Bezeichnungen dafür. Nein. Das ist das Wichtigste, was du hast. Du bist nicht der Verstand. Du bist nicht der Körper. Du bist nicht die Gefühle. Du bist viel mehr. Und das heißt Geist. Das bist du. Und Gott ist ein Geist. Und er hat Geist geschaffen. Dich und mich. Hörst du? Geist ist das, was dich mit Gott verbindet. Nicht hier. Nicht hier. Nicht hier. Sondern der Geist. Und der Geist Gottes kommuniziert mit deinem Geist. Dafür müssen wir unseren Geist öffnen. Aber erstmal muss man ihn überhaupt kennenlernen. Ihr Lieben, wo ist unser Geist? Was macht er? Du kannst nur dann prüfen, wo dein Geist ist. Wenn du begreifst, dass es etwas anderes gibt, außer deinen Gedanken. Und dass es natürlich auch etwas anderes gibt in den Geist. Das haben wir festgestellt. Gott sei Dank, dass wir wissen, dass wir nicht nur Körper sind. Amen. Christa Seda, Amen. Sag deinem Nachbarn, Amen. Bist du hier? Und du bist nicht nur ein Körper. Denn der Körper kann hier sitzen und schlafen. Und die Seele wird ganz woanders sein. Irgendwo in der Küche Pilmeni machen. Also die Seele ist auch etwas anderes, wie der Körper. Aber wo ist der Geist? Sagt deinem Nachbarn Geist. Wo ist mein Geist? Seele. Haben alle ungefähr verstanden. Gefühle. Gedanken. Der Wille. Ich will, ich will nicht. Das bin ich. Eine Persönlichkeit. Aber wo ist der Geist? Die Mehrheit der Menschen hat nicht verstanden, wo der Geist ist. Und auch die Mehrheit der Christen. Weil der Geist etwas Geheimnisvolles ist. Und genau mit dem Geist arbeitet der Herr. Es steht geschrieben, dass der Leuchter Gottes der Geist des Menschen ist. Nicht der Körper. Und auch nicht der Kopf. Nicht die Gedanken. Der Geist des Menschen. Der Heilige Geist kommt nicht in den Körper. Nicht in den Verstand. In den Geist. Was geboren ist aus dem Geist ist. Was geboren ist aus dem Geist ist. Was geboren aus dem Geist ist. Nicht die Seele. Der Geist. Der Leuchter des Herrn ist der Geist des Menschen. Der Heilige Geist entzündet deinen Geist. Und aus dem Geist kommt das Leben. Es steht geschrieben, dass aus dem Inneren, aus dem Bauch heraus, die Quelle hinauskommt. Wir haben einen vortrefflicheren Weg. Es gibt den Körper. Es gibt die Seele. Und es gibt den vortrefflicheren Weg. Den Geist. Sag noch mal Geist. Das ist wichtig zu verstehen. Wenn du deinen Geist verstehst. Dann verstehst du auch dich. Wenn du beginnst, deinen Geist zu verstehen. Dann beginnst du zu verstehen, dass deine Gedanken nicht du bist. Er beobachtet deine Gedanken. Gedanken kann man beobachten. Sie laufen so vor sich hin. Und du beobachtest sie. Wie kann man seine Gedanken beobachten? Wenn ich mein Verstand bin. Dann beobachtet der Verstand, das Gehirn. Geht nicht. Das klagt nicht. Was beobachtet dann deine Gedanken? Dein Bewusstsein. Dein tiefes inneres Ich. Was sich nennt Geist. Wenn du deine eigenen Gedanken beobachten kannst. Du stehst an der Seite. Und siehst, wie dein Verstand anfängt zu fantasieren. Und du schaust, beobachtest das. Und dann sagst du ihm Stopp. Hör auf mit diesen Fantasien. Denk nicht daran. Wer sagt das? Der Geist. Nicht die Seele. Du kannst deiner Seele sagen Stopp. Ich möchte das weder fühlen noch daran denken. Das ist der Geist. Und wenn du dich jeden Tag so trainierst, dann trainierst du deinen Geist. Und du wirst zu einem geistlichen Menschen. Du siehst deine Gedanken von der Seite aus. Halleluja. Halleluja. Du bist ein geistlicher Mensch geworden. Du musst keine 40 Tage dafür fasten. Du bist in den Geist hinein gegangen. Und du beginnst, dich zu reflektieren, zu analysieren und deine Gefühle zu kontrollieren. Dann bist du ein geistlicher Mensch. Und wenn du aber in dem Strom deine Gedanken schwimmst. Im Gedanken deine Gefühle. Im Strom davon, was man dir auf der Straße alles gesagt hat. Du hast etwas in den Nachrichten gesehen. Und in diesem Sumpf schwimmst du. Du bist ein seelischer Mensch. Du bist verurteilt. Wenn jemand auf dich wirken kann durch seine Worte, dann bist du beleidigt. Wenn du beleidigt bist, dann bist du ein seelischer Mensch. Denn du hast dir selbst gesagt, dieser Mensch hat Macht über mich. Er hat Macht, er wirkt über mich. Seine Worte sind wichtig für mich. Verstehst du? Sobald du dich beleidigt hast, dann nennst du dich zum Sklaven. Du sagst selbst zu dir, ich bin ein Sklave. Wenn du aber unabhängig bist von Gefühlen von außerhalb, egal welche Gefühle. Jemand hat dir etwas gesagt. Jemand liebt dich nicht. Und du freust dich immer noch. Du bist unabhängig davon. Du bist kein seelischer Mensch. Der Geist in dir ist stärker als die Seele. Und du siehst viel mehr und weiter als die Mehrheit der Menschen. Wenn du einen starken Geist hast. Und Gott arbeitet mit geistlichen Menschen und mit unserem Geist. Unser Kopf ist für uns sehr wichtig geworden. Und man hat uns von Schule angesagt, dass Wissen Macht ist. Und nicht wissen, was keine Macht ist. Und alle haben beschlossen, ihr Wissen zu trainieren. In den 70ern wollte man uns weismachen, dass glatzköpfige Menschen Affen sind. Und wir dachten, das ist das Einzige, was uns unterscheidet von den Affen. Was muss man tun, um sich zu unterscheiden? Sein Wissen zu trainieren. Und die Eltern trainierten das Wissen der Kinder. Man muss sich doch unterscheiden können vom Affen. Und je klüger du bist, desto menschlicher bist du. Deswegen brauchst du eine höhere Bildung, zwei ist noch besser. Dann wirst du ein super Mensch sein, wenn du viel Wissen in deinem Kopf haben wirst. Und die armen Kinder strengen sich an, lernen. Und auf einmal kommt künstliche Intelligenz. Und all diese schlauen Menschen mit zwei Bildungen sind schockiert. Doktor arbeiten. Dieser Intellekt schreibt, das sind drei Minuten. Und die armen Doktoren halten ihre Hüte. Stell dir vor, er hat seine Dissertation 30 Jahre geschrieben und die KI drei Minuten. Schrecklich. Und die ganze Welt ist in Aufruhr. Nicht die ganze. Aber sehr viele. Sie sind schockiert. All mein Wissen. Wozu brauche ich das jetzt? Ich habe meine Kinder zu doppelter Bildung trainiert. Dachte, er wird zu einem echten Menschen. Und diese dummen Programmierer haben so eine künstliche Intelligenz erschaffen mit Millionen von Bildungen. Und irgendein Chatbot gibt dir alles in Sekunden raus. Und wie sieht jetzt im Vergleich dazu mein Kind mit zwei Bildungen aus? Im Vergleich zu diesem Chatbot ist er ein Vollidiot. Und die Eltern sind schockiert. Was sollen wir jetzt tun? Wo ist denn jetzt der Unterschied zwischen Affen und Menschen? Jetzt muss man herausfinden, wer ich bin. Wir dachten ja alle, wir sind schlaue Computer. Je mehr Programme, desto cooler. Deswegen musst du dies und das wissen, dann bist du so cool und klasse. Und dieses Chatbot weiß in Millionenfach mehr. Eltern sind schockiert. So viele Berufsgruppen werden ausgelöscht in allen Jahren. Die Experten sagen, 30% von Berufsausbildern Wohin? Mein Wissen. IT-Schniki sind in Schock. Die ganzen ITler sind schockiert. Pissatel sind in Schock. Alle Schreiber sind schockiert. Uchtetel sind in Schock. Lehrer sind schockiert. Vielleicht gibt es sogar noch mehr Berufsgruppen, die verschwinden werden. Und ich sage Halleluja. weil ich keine Angst habe vor künstlicher Intelligenz. Ich bin froh. Ich bin froh, dass es wenigstens künstliche Intelligenz gibt. In der Welt gibt es so wenig Intelligenz, da freue ich mich über künstliche. Wenn es nichts Organisches gibt, wenigstens künstlich. Wir haben etwas, was uns unterscheidet von diesem Chatbot und diesen Maschinen. Aja, aja. Понимаешь? Chatbot oder любая другая программа это тварь человеческая. So ein Chatbot ist eine Erschaffung eines Menschen. А ты тварь Божия. Und du bist eine Schöpfung Gottes. Aja, aja. Господь, спасибо. Danke, Herr. Und hier auf die Bühne kommt was? Der Geist. Weil eine Maschine hat keinen Geist. Was unterscheidet dich von einer Maschine? Nicht der Verstand. Sie hat einen besseren Verstand. Amen. Und vielleicht wird sie sogar einen Willen entwickeln. Gott bewahre. Hollywood gibt sich Mühe, schreibt Drehbücher. Roboter kämpfen gegen die Menschen. Und alle schießen. Und ich denke mir, reicht euch nicht das, was in der Welt geschieht? Die Menschen schaffen das sehr gut, miteinander umzubringen. Wir brauchen keine Roboter. Und all diese Szenarien, das schockieren die Menschen. Und wir müssen in die Gegenwart Gottes kommen, um zu verstehen, dass wir Vorteile haben. Das ist dein Geist. Und dann kann dich nichts erschrecken. Denn eine Maschine hat zum Beispiel keinen Wunsch. Sie hat keinen Wunsch, etwas zu erforschen. Sie hat keinen Wunsch, nach Lateinamerika zu fliegen und einen Wasserfall zu sehen. Dein Handy ist schlauer als du, ja? Er kann sich mehr merken, als du. Er weiß sogar besser, wo du dich befindest. Aber er hat keine Wünsche. Absolut Keine. Warum? Weil er keine Seele und kein Geist hat. Danke dir, Herr, dass das keiner in eine Maschine hineinlegen kann. Und wir haben keine Angst davor, uns heute mit diesen Chatboots auseinanderzusetzen. Aber wovor wir Angst haben sollten, dass wir Menschen nicht zu Robotern werden. Dass wir Kinder heute nicht zu Robotern werden. Dass wir unseren Geist nicht verlieren, unsere Seele. Und unseren Geist nicht versehentlich hinauswerfen. Und das geschieht heute, wenn unsere Kinder durch diese digitalen Gadgets zu Zombies werden. Ihr reales Leben wird vernichtet durch das Virtuelle. Nicht mal über Kinder brauchen wir reden, allein die Erwachsenen. wir zerstören unsere geistliche Welt durch solche digitalen Gadgets. Wir vergessen, dass wir Geist sind, und wir uns in diese Dunkelheit antauchen, in Neuigkeit, indem wir einfach in diesem Sumpf baden, wir müssen hinauskommen in den Geist. Denn die Schönheit ist nicht darin, was du dort gehört hast. Nicht darin. Tвой Duh muss быть сильным. Dein Geist muss stark sein. Sag Amen. Sag Amen. Die Bibel sagt, das Wichtigste ist die Weisheit. Nicht das Wissen. Sag nicht das Wissen. Die Weisheit. Was ist Weisheit? Mordheit ist, wenn du das weißt, was du wissen musst. Und du weißt nicht und möchtest auch nicht wissen, was du nicht zu wissen brauchst. Das ist Weisheit. Ich weiß das, was ich wissen muss. Dann bin ich weise. Wenn ich aber alles mögliche auf der Welt weiß, wenn ich drei Bildungen habe, ich aber in der Wüste bin und keine Ahnung habe, wie ich ein Feuer mache, bist du ein Idiot. Ich bin lieber mit einem Ureinwohner befreundet in dem Moment, als mit einem höher gebildeten, weil er überleben kann. Ein Feuer machen. Wasser schöpft. Er weiß das, was er wissen muss. Das musst du immer und immer wissen. Das, was du wissen musst. Solomon sagt, der Weiße kennt Zeit und Raum. Wir müssen die Zeit wissen. Nicht das Jahr 2023, sondern zu dem Moment, in welcher Zeit wir jetzt leben. Und dein Platz ist in dieser Zeit. Jesus sagt, der Tag hat nicht nur zwölf Stunden. Der Tag hat zwölf Stunden. Der Tag hat zwölf Stunden. Der Tag hat zwölf Stunden und wer darin wandelt, der fällt nicht hin. Jesus sagt, ich kenne meine Zeit. Deswegen bin ich ruhig und entspannt. Ich weiß, dass mein Tag noch nicht zu Ende ist. Ich habe noch dreieinhalb Stunden. Geh, sag das diesem Fuchs. Diese dreieinhalb Stunden werde ich noch nutzen. Deswegen, lieber Fuchs, musst du noch warten. Jesus wusste seine Zeit. Diese dreieinhalb Jahre wo man ihn bedrohte. Man wird dich töten und aufrufbar. Jesus war entspannt. Wenn ich möchte, dass man mich tötet, dann wird man mich töten. Er wusste seine Zeit. Deshalb war er im Frieden. Meine Lieben, eine gute Eigenschaft eines weisen Menschen und weiser Mensch ist gleich geistlicher Mensch. Das ist die wichtige Eigenschaft eines geistlichen Menschen. Das ist das Wort Frieden. Sag Frieden. Wenn du wissen möchtest, ob du ein geistlicher Mensch bist, ein weiser Mensch, möchte das jemand wissen? Oder weißt du das schon? Wenn du das weißt und weiser bist, Halleluja. Ehrlichen Menschen schweigen. Wer möchte wissen, ob er weiser ist oder nicht? Geistlich oder nicht geistlich. Danke. Schaut mal. Wie verhältst du dich in kritischen Situationen? Wie? Wenn es ein Problem gibt. Wenn du nach Hause fährst, und Gott bewahre, aber du einen Unfall baust. Wie verhältst du dich? Wie verhältst du dich, wenn dir jemand ins Fenster schreit? Blablablabla. Und so weiter. Wie verhältst du dich, wenn du eine schlechte Nachricht bekommst? Schaut mal, ein geistlicher Mensch unterscheidet sich von einem einfachen. Er ist im Frieden. Er ist im Frieden. Und als Elisa und Ezekiel auf der Terrasse saßen, oh, was für ein toller Morgen. Und Geisi brachte einen Kaffee. Und dieser Duft von Kaffee. Und auf einmal holt er sein Fernglas hinaus. Und er ist schockiert. Er hat um uns herum ist das syrische Heer. Und er schreit. Mein Herr, mein Herr, was soll ich tun? Schrecklich. Und er hat Angst vor allem. Und Elisa sagt, entspann dich. Die, die mit uns sind, sind größer als die, die draußen sind. Ich sehe doch das Heer. Und diese Armee kam eigentlich sogar, um Elisa zu holen. Keiner braucht dich, entspann dich. Sie wollen Elisa haben. Und Elisa sitzt und genießt seinen Kaffee. Und der Geisi denkt sich, der ist verrückt geworden. Elisa sagt, die, die mit uns sind, sind größer als die, die außen sind. Schau mal, der Elisa ist geistig, ein Mensch sieht den Unterschied zwischen geistlicher und realem. Er sieht, dass neben ihm in der geistlichen Welt ein Riesenpotenzial ist. Und alles, was in diesen physischen Punkten stattfindet, der Geisi, der da schreit, das interessiert Elisa nicht. Er nimmt sich Stöpsel in die Ohren, denn er hat andere Augen, geistliche. Er sieht die Engel um sich herum. Alles entspannt. Und er hat einfach nur gebetet, Herr, öffne ihm die Augen. Und der andere öffnete seine Augen. Überall Engel. Weißt du, wenn du aus dem Geist heraus reagierst, hast du eine andere Reaktion. Alle nicht-geistlichen Menschen werden sich in solchen Situationen verlieren, und die Geistlichen genießen ihre Tasse Kaffee und beten in Zungen vor sich hin. Halleluja! Deswegen müssen wir im Geist leben. Je weiterer, desto wichtiger ist dieses Thema. Новости nicht besser werden. Eskust der Intelligenz gewöhnt und die Künstliche Intelligenz wird diese Berufsgruppen einnehmen. Der wichtigste Vorteil von dir, ist, wenn du ihn kennst. Es gibt im Business eine Regel für Erfolg. Und nimm es an dich. Wenn du das nicht gemacht hast, hast du verloren im Business. Wenn du deine Konkurrent-Vorteile nicht anlässt, wirst du eine graue Maus in dieser Welt sein. Und du wirst genauso wie diese Neuigkeiten sinken und beten wie Giesi, und beten wie Giesi, Herr, bitte sei gnädig. Und du wirst so, Herr, ja, mach das hier und dort. Und in der Zeit ist Elisa entspannt, weil sein Geist arbeitet. Siehst du hier diesen Konkurrenz-Vorteil? Ai, 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 der Geist des Menschen kommuniziert persönlich mit Gott. Der Herr hat dieses große Potenzial in dich hineingelegt. Das Wissen schadet einem Menschen. Schaut mal, das Wissen ist nicht immer gut. Es kann einem Menschen auch schaden. Das Wissen überschallt. Es macht Stolz. Es macht Stolz. Und was macht Stolz? Es führt dich in die Hölle. Das ist Sünde. Weil der Teufel der Stolzeste ist. Und die Bibel benennt das ganz klar. Wissen ist Stolz. Ich sage nicht, dass du jetzt dein Wissen an den Haken hängen sollst, das vergessen sollst. Denn wir verstehen, dass wir natürlich auch das weiterbilden müssen. Weil Gott hat dir ja auch ein Gehirn gegeben. Und wir müssen all das weiterbilden, was wir haben. Alles, was du von Gott empfangen hast, bilde weiter. Aber die Priorität muss richtig sein. Dein Geist. Und dann die Seele. Und dann der Körper. Und bei den Menschen ist wie immer alles auf links gedreht. Erst mein Körper ist wichtig. Mein Körper. Solange er jung ist, ist er schön. Halleluja. Und sie, wenn sie jung ist, mein Körper. Selfie, Selfie, Selfie. Wезде Selfie, wезде Selfie. Überall Selfies. Telo mei. Mein Körper. Ich bin wunderschön. Halleluja. Und nach so 40 Jahren geht der Körper so in die hinteren Reine. Konkurrentная способность umеньшается, понимаешь ли. So der Konkurrenzkampf wird größer. Man muss irgendwas anderes hervorbringen. Herr, hilf mir. Das, was ich vergessen habe, mein Verstand. Ich muss meinen Verstand trainieren. Und er oder sie trainiert ihren Verstand. Und der Körper kommt in die hintere Reihe. Und auf die Bühne kommt der Herr Verstand. Mein Hirn. Und er fängt an, mit Zitaten um sich zu schmeißen. Oh, ich bin so schlau. Sлушай, знаешь, мозги тоже, они бывают такие, они так skukoschиваются. Tuk, 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 tuk. Wisst ihr, auch das Hirn kann so eingehen. Und auch da können Schlacke entstehen. Und auf einmal kann man mit 70 vergessen, wie die Tante oder der Onkel daneben ist. Oder sein Kind. Demenz nennt sich Demenz. Übrigens, ein geistlicher Mensch wird daran nicht leiden, weil er etwas anderes hat. Aus dem Geist heraus. Halleluja. Свежие мысли. Halleluja. Frische Gedanken. Was bleibt dann von diesem Menschen? Ein Kind. Mit 70, 80. Der wieder in seine Kindheit zurückgekehrt ist. Wenn du aber in dir das wichtigste Priorität freigesetzt hast, den Geist, wirst du immer schön sein. Angefangen von dem Moment, wo du dein Geist eröffnet hast, bis dahin, bis du in den Himmel gehst und auf Gott treffst, wirst du eine Schönheit sein. Und du wirst auf einem Ross reiten. Immer. Es wird keine Momente geben, wo du in Depressionen verfällst oder schreckliche Situationen. Denn ein geistlicher Mensch ist ein fröhlicher Mensch. Ein weiser Mensch ist in Frieden, aber auch ein fröhlicher Mensch. Heiligkeit ist immer fröhlich. Wenn ein Heiliger traurig ist, ist er ein nicht guter Heiliger. Ein schlechter Heiliger. Kannst vergessen, dass er heilig ist, ist er nicht. Der Herr sagt, ich gebe euch die Freude. Nicht so, wie die Welt gibt. Es gibt so ein griechisches Wort Makarios. Er spricht über Freude. Makarios in griechischem языке bedeutet Blasenstwa. Und das bedeutet im Übersetz Großzügigkeit. Nein, nein, nein. Glückseligkeit. Glückseligkeit. Помните Nагоrnaya Propovid Blasenne, Jesus sagt Blasenne, Blasenne. Wie in der Bergpredigt Glückselig sind die. Er zeigt, er zeigt, dass er dass er Er zeigt uns dort übrigens auch einen Weg, wie wir wirklich glückselig werden können. Was bedeutet das? Dass Menschen glückselig sind. Glück und so weiter hängt von äußeren Umständen. Heute bin ich glücklich, morgen depressiv. Aber das Glück vom Herrn ist unabhängig von Umständen. Er ist immer glücklich. Warum? Weil er sein Geist geöffnet hat. Und sein Geist ist direkt verbunden mit dem Herrn. Egal, was man mir heute in den Neuigkeiten erzählt hat. Egal, was mir morgen der Arzt sagen wird. Egal, wie ich, meine Frau, meine Familie sich heute fühlen. Ja. So verhält sich ein geistlicher Mensch. Er ist direkt verbunden mit dem Herrn. Natürlich hat man eine Seele. Aber sie kontrolliert mich nicht. Ich kontrolliere sie. Ich sage ihr, wie ich mich heute fühle, wie ich heute denke, weil ich Geist bin, nicht Seele. und der Geist weiß, dass er immer mit dem Herrn verbunden ist. Es ist egal, was hier auf dieser Ebene stattfindet. Der geistliche Mensch ist fröhlich. Und Paulus sagt, freut euch immer. für jeden Tag. Deswegen kann man sich immer freuen. Dankt für alles. Deswegen kann man für alles danken. Halleluja. Das ist unser Vorteil. Und wir suchen heute nach dem Herrn. Und auch das ist unser Vorteil. Wenn du betest und nicht irgendein Computer. Kein Computer kann beten. Kein Computer sucht Gemeinschaft. Kein Computer liest die Bibel und denkt über sie nach. Weil er geistlos ist. Und wenn die Menschen auch solche Computer sind, genau solche Roboter, dann wollen sie auch nicht beten, nicht überraschendem nicht über irgendetwas höherem nachdenken, nicht irgendwo hinfahren, etwas erforschen. Das einzige, was man schauen kann, Tick-Tock, 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 Tick-Tack, 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 das Leben ging vorbei. Und du immer Tick-Tack. Diese Generation Tick-Tock wird heute so. Wenn du ein Elternpartei bist, musst du das beobachten. Was geschieht hier im Verstand deines Zunges? Ist er sie oder sie noch fähig zu denken? Ist er noch fähig, sich mit irgendetwas zu entzünden, mit Wünschen? Komm, wir gehen spazieren. Kein Bock. Kein Bock. Komm, lass uns dein Haus bauen. Kein Bock. Mensch, krabbel doch einmal im Leben einen Baum hoch. Ich habe meine ganze Kindheit darauf verbracht. Bist du ein Idiot oder was? Bin ich ein Affe oder was? Kein Bock. Kein Bock. Ah, Kein Bock. Achtu-Tibib-Bock? Worauf hast du Bock? Handy, da. Gib mir das Handy. Du hast es schon und dann verstehst du, dass es ein Roboter ist. Und da musst du Alarm schlagen und zum Herrn rufen, etwas tun. Denn man muss sich erinnern, dass ein Kind eine Seele hat und noch größer ein Geist. Er muss lernen, zu lieben, zu hassen, denn das ist die Fähigkeit eines Menschen. Kein Roboter hat die Möglichkeit, zu lieben oder zu hassen. Auch wenn man ein Programm hineinspielt, ungefähr, als wäre ich ein Mensch. Kein Roboter kann dich umarmen oder küssen. Und selbst wenn das so ist, verstehst du, dass da einfach ein Programm dahinter steckt. Und dieser Kuss wird nicht süß sein, denn du verstehst, dass es keine Seele ist. Amen. Science-Fiction-Filme will uns weismachen, ja, das wird alles möglich sein in der virtuellen Welt. Und Kinder, Jugendliche geben sich den hin und denken, das wird so klasse sein. Nein, wird es nicht. Das bleibt alles künstlich. Amen. Wenn du künstliche Blumen auf dem Tisch hast, dann weißt du, dass sie nicht duften. Du kannst sie natürlich mit Parfüm einsprühen und deinem Gästen zeigen, Mensch, schau mal, was für schöne Blumen. Aber du weißt, dass sie künstlich sind und dir keine Freude mehr bringen. Deswegen bleibt künstliche Intelligenz künstlich und das Geschöpf Gottes, du und ich, wir bleiben das Geschöpf Gottes. Wir haben einen Geist und dieser Geist ist so ein großer Vorteil. Deswegen ist es so wichtig, im Geist zu bleiben, sich mit dem Wort Gottes, mit der geistlichen Nahrung zu nähern, über ihn nachzudenken, zum Gottesdienst zu kommen, die kleinen Gruppen mittwochs, beisammen zu sein. Und du denkst dir vielleicht, Mensch, hier werde ich aber nicht das hören, was ich in YouTube höre. Es gibt solche Christen, die denken, Mensch, ich schaue doch in YouTube eine Predigt an. Nein, das sind ganz andere Dinge. Es gibt ein Geist. Das ist hier und jetzt. Hier gibt es den Geist. Jetzt. Du spürst das. Wenn dein Herz offen ist, spürst du das. Nach zwei Stunden auf YouTube ist das aber nicht so. Denn dort gibt es keinen Geist. Hier. Zwei oder drei versammelt sind in meinem Namen. Da bin ich. Wo der Geist hin, da bewegt er sich auch. Natürlich, wenn er will, kommt er auch dort zu dir in dieses Zimmer, wo du bist. Aber er fragt sich erst, Mensch, macht das überhaupt Sinn? Wenn er den Gottesdienst verschlafen hat, warum soll ich überhaupt zu ihm kommen? Er muss in die Gemeinde gehen, in das Haus Gottes. Man muss es ihm doch beibringen, wo sein Platz ist. Wo man ihn nährt. Wo ich mit ihm Gemeinschaft haben möchte. Und deswegen wird wahrscheinlich der Heilige Geist nicht in dieses Zimmer kommen, wo du YouTube schaust. Wenn du vielleicht krank warst und nicht kommen konntest, wahrscheinlich schon. Aber Gott verwöhnt uns nicht mit seinem Aufsuchen, damit wir es einfacher haben. Weißt du, ich habe gehört von einem Christen, der sagte, Gott hat mich enttäuscht. Ich habe gebetet und gebetet und gebetet. Es gibt keine Antwort. Warum brauche ich dann Gott? Und ich dachte mir, wie primitiv. Ich bete und er wird mir geben. Also ich werde so eine Münze oben hineinwerfen und die Cola wird kommen. So eine geistige Cola kommt raus. Kam sie nicht raus. Was ist da los, Automat? Nochmal hineingeworfen. Nochmal. Ah, Cola. Gott funktioniert. Ja, Gott funktioniert. Und man erzählt, Gott funktioniert. Es funktioniert wirklich. Aber hör zu, Gott ist kein Automat. Und er wird es nicht absichtlich machen, damit du verstehst, dass er ein Automat ist. Wenn du ein Gebet hinein wirst, noch ein Gebet, noch ein Gebet. Cola. Den hier. Gott sagt, ich bin kein Roboter. Verstanden. Komm in den Geist. Beginne im Geist anzubeten. Und dann wirst du um nichts bitten. Du betest an. Oh, Papa, ich liebe dich. Du bist so toll. Ich liebe dich, egal was kommt. Oh, Gott sagt, das gefällt mir. Engel, sag mal, was hat er gebraucht? Ich glaube, irgendwas hat er mal gefragt. Gib ihm das und noch mehr. Mir gefällt das. Und der andere so, Herr Cola, Fanta, alles da? Gott, ich habe gar nicht um Fanta gebeten. Ah, das ist einfach nur so für dich. So ein Bonus. Und du verstehst, dass du nur Gott brauchst. Ich habe alles. Und das ist Dankbarkeit, dass du, obwohl du noch gar nicht hast, du dankbar bist, weil du weißt, wie er ist. Und hier findet die Verbindung statt. im Gebet und Dank und auf einmal hast du alles, was du brauchst. Alles. Und derjenige, der gebetet hat, ich habe was gesagt. Cola kam nicht hinaus. Er hat mich enttäuscht. Dann geh. Suche in der Welt noch nach etwas. Und dann wirst du sehen, was du bekommst. Wenn du schlau bist, kommst du vielleicht zurück. Und ich wünsche mir so sehr, dass wir unseren Geist öffnen. Lass uns unsere Augen schließen. Ehre sei dir, Herr.